Damit hat er mein Leben zerstört. Die Depressionen werden immer stärker. Dr. Renner, hören Sie mir überhaupt zu? Ja, natürlich. Dann ist das die kleine Serie. Kleine Serie. Ich hab wohl eher einen schlechten Lauf. Ja, wenn Sie aufs falsche Pferd setzen. Also wenn Sie damit Frank meinen, der ist wohl eher eine Art Schlange. Ja, indem ich mit ihm zusammen bin, ist mein Leben die reinste Hölle. Naja, am Anfang tut's noch weh. Und man hat nur Verluste. Dann kommt noch diese große Abhängigkeit. Und man setzt auf die falsche Zahl. Diese ständigen Schuldgefühle. Schuldgefühle? Also ich weiß wirklich nicht, ob wir über das gleiche reden. Reden, reden, reden. Immer nur reden. Mir reicht's jetzt, Sheila. Vielleicht sollten Sie mir zur Abwechslung mal zuhören. Wenn Sie wüssten, wie schwer es ist, damit aufzuhören. Hä? Haben Sie sich erkältet? Äh, äh. Ich geb's ja zu. Ich bin ein Spieler. Da staunen Sie? Naja, ich war schon als Kind sehr verspielt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Sie haben wirklich ein Problem. Aber ich weiß nicht, wie ich Ihnen damit helfen kann. Ich habe kein Problem. Ich habe gestern im Casino beim Roulette 5000 Euro gewonnen. Ja, ich hab's kommen sehen. Erst die Zero, finale Zero, Zero-Spiel. Schäler, heute Abend haben wir großes Glück. Wir beide gehen zusammen zocken. Ich mache eine echte Zockerin aus Ihnen.